Mein Name ist noch immer Käsebrot-Freund und damit willkommen zurück zu Obscurity. Ich habe heute die Kiste mal ein paar Stunden laufen lassen. Ich habe irgendwie in der Mittagspause meine Maschine angeschmissen und habe Obscurity gestartet und habe das Ganze mal laufen lassen, damit wir endlich, endlich, endlich mal wieder ein bisschen Kram bekommen. Und yeah, die Kiste läuft. Es funktioniert wieder. Juhu, ich kriege wieder Klumpatsch. Guck mal da, jede Menge Klumpatsch. Ach, das ist so super. Ich war echt so ein bisschen beinahe deprimiert, könnte man sagen, weil das Ding nicht läuft. Das ist schon ein bisschen essentiell inzwischen. Guck mal hier, 1,1 Millionen Blöcke inzwischen. Ich habe das vorhin, also vorhin heute Mittag, angeschmissen bei 560.000 oder so. Ich weiß nicht genau, seit wann das Ding schon wieder was ausspuckt. Als ich gerade eben reingeschaut habe, war es natürlich randvoll zugeschissen bis oben hin. Also wahrscheinlich wieder eine Tonne coole Sachen irgendwie verdumbertelt. Ich hole mal hier ein bisschen was raus. Ich nehme mal ein bisschen was raus hier. So, Sand. Sand ist doch immer super. Weil, kann man immer rauchen. Lapis. Oh, nee, ich bin voll. Okay. Genau, dafür. Und ich habe, genau, ich bin auch ein Trottel, ey. Weißt du? Ich bin auch wirklich ein Trottel. Ähm, ich habe nämlich irgendwann gesehen, ich habe hier dieses Speed Upgrade 3 teuer, teuer extra dafür gemacht, damit der mal ein bisschen schneller läuft. Dann habe ich gesehen, hä, der läuft ja voll langsam. Was ist denn da los? Der lief wie so, weißt du, so 1, 2, 3 Blöcke. Irgendwie so, boah, mega langsam. Was daran lag, dass mein Reaktor irgendwie halt nicht mehr auf Vollspeed lief. Irgendwie, also nicht mehr auf 100 Prozent, weil nicht mehr genug Stoff drin war. Und, ach, meine Güte, weißt du, das sind immer so, ich weiß auch nicht, ja. Eben, wie ich, wie ich so sage, irgendwie, immer wenn man so meint, der Käse, jetzt hat er es aber. Jetzt, jetzt hat er es aber. Dann schießt er wieder so einen Bock. Verdammt mich nochmal. Naja, was, was, was soll es denn auch? Jetzt, jetzt läuft die Kiste wieder. Das ist doch super. Zwei Kohle. Juhu. Ein Krebel. Juhu. Luminate. Redstone. Sehr gut. Wer bist denn du? Kalklavia. Universal Electricity. Was? Wer, was? Warte. Warum hast du so einen blöden Steve-Kopf? Was ist denn los? Hm, verstehe ich nicht. Und Universal Electricity. Ich glaube, das hatten wir bei Techit. Das hatte Tim bei Techit nachinstalliert. Da hatten wir immer diese Kabel irgendwie. Universal Electricity-Kabel. Die können alles fressen irgendwie. Egal, ob RF oder anderen Schlumpi und so. Das war total super. Damals. Weißt du noch? Damals, als wir noch jung waren. Naja. Hallo, Schatz. Wie läuft's denn so? Wie geht's dir so? Ach, guck mal da. Chicken Balls ist schon stabil. Die hat sich hier eingelebt. Wahrscheinlich hat die früher einfach, die hat sich am Anfang auch unwohl gefühlt. Hier mit Fireball 1725s Kopf an der Wand oder so. Und hat sich ordentlich die Kante gegeben. Hat einfach zu hart irgendwie Kaktusfruchtsaft irgendwie gebechert. Nächte lang. Und deswegen hat sie ein bisschen Damage genommen. Aber jetzt hat sie sich eingelebt. Sie hat sich im Schicksal gefügt. Ja, mein Schatz. Ich mag die auch gerne. Du hast immer noch eine Topfigur. Und dein Outfit hat kaum gelitten, die Tage, die du bei mir bist. Hab ich das gerade gesagt? Oh mein Gott. Was ist los mit mir? Aber naja. Sie steht schon gut da. Ne? Das ist super. Für den Fall, dass es eine Frau ist. So. Was wollte ich, was wollte ich heute machen? Viele Sachen. Eigentlich wollte ich. Ach so, genau. Guck mal hier, der Tesserakt. Kommt, das mache ich jetzt mal. Hol mal kurz, geschwind. Gib mir das. Wir hatten doch irgendwo so eine Tesserakte-Queste. Ach so, mal kurzer Blick auf die Uhr. Ich mache schon wieder vier Minuten Quatsch und habe nichts geschafft. Ich probiere mal heute, mich auf 25 Minuten einzuschießen. Vielleicht ist das ganz gut. Weil ich immer, ne. Ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt. Irgendwie, ich selber persönlich gucke eigentlich, ich gucke auch viel YouTube. Und ich habe 20 Minuten Folgen eigentlich lieber wie 30 Minuten. Und wenn es über 30 und auf die 40 geht, dann mag ich es eigentlich gar nicht irgendwie. Weil das ist so, ne. Ich gucke eigentlich ganz gerne Folge und dann ist Schicht und so. Aber naja, im Ende ist es auch wurscht. Weil es sind ja selten irgendwie abgeschlossene Folgen bei YouTubern. Bei mir, naja, gut ein bisschen. Naja, egal. Ich lamentiere schon wieder irgendwie mit allem. und schaffe mal was Käse. So, ähm, was wollte ich denn? Oh mein Gott. Forge the Darkness. Tesseracte-Kacke. Guck mal da. Tesseracting up. Habe ich es schon vorgelesen? Weiß ich gar nicht. The Tesseract is a very common method of transporting items, fluid and power across large distances and even dimensions. Depending on how you have your base setup. You may need many of these. Okay, ich glaube, ich habe es schon mal vorgelesen. Egal, jetzt haben wir es nochmal. Das ist jedenfalls ein Tesseract, was das Ding will. Und wir haben ein Tesseract-Frame. Okay. Ach, guck mal hier. Warte mal, habe ich mal hier noch so ein Diamant? Die ja... Denn ich habe Wither-Köpfe... Ich habe Wither gebettelt ohne Ende. Nur hat mir ein Kopf gefiel. Einen habe ich jetzt noch. Sehr gut. Weil ich hatte keine Diamanten mehr, weil der Quarry ja eben nicht lief. Wie viele Wolken lief der jetzt nicht? Endlos. Wirklich. War unfassbar. Unfassbar. Wegen akutem Diamantenmangel. Und was ist mein Gold? Wie sieht mein Gold vor? Ah je, 73 Euro. Also Gold ist immer noch Mangelware. Wahnsinn. Unfassbar. Aber ich wollte... Ich bin schon wieder Tesseracte. Tesseracte. Ah, Tesseracte. Das will ich nämlich. So. Bam. Okay. Jetzt. Und ich kriege gleich noch einen oben drauf. Das ist ja super. Vielen Dank. Nice. So. Hier sind meine Kinies. Und hier Fly like an... Ach, hier Angel Ring. Da. Da sind wir ja. Fly like an Angel. So you want creative flight at no cost? Well, I'm sorry. It won't come easy. Okay. Ich weiß nicht, wie teuer der Angel Ring ist. Aber im End habe ich echt so geblutet für diese Dark Solarium Jetplate. Da scheiße ich auf den Angel Ring. Pah. Weißt du? Das ist mir gerade mal Wurst. Also zumindest nicht jetzt halt, ne? Mach ich jetzt nicht. Weil ich habe jetzt echt keinen Nerv irgendwie auf eine endlose Crafting-Queste. Crafting-Queste hochziehen. Was ich nämlich eigentlich wollte... Was wollte ich denn? Ach so. Nee, warte. Wo waren wir denn? Ach so, genau. Wuthering. Ich habe jetzt neun. Neun von zehn, genau. Deswegen habe ich gerade noch den einen Kopf gefehlt. Einen Kopf hat mir gefehlt. Und dann sind mir die Diamanten ausgegangen. Aber das mache ich auch nicht jetzt. Das mache ich auch nicht jetzt. Das mache ich auch nicht jetzt. Ich habe so ein bisschen hier mal reingeschummelt. Und habe gedacht, guck mal hier Punchwood. Also ich meine, Oakwood. 30.000 ist natürlich der größte Posten. 50.000 in der Summe. Und dann irgendwie Greatwood Lock. Meine Güte, Greatwood Lock. Ich habe noch nicht mal... Wir haben noch nicht mal Seeds dafür. Silverwood Lock ebenfalls nicht. Ist es nicht Frankwerft? Silverwood? Ich glaube schon. Ich weiß aber nicht genau. Sprutze läuft. 10.000 ist natürlich auch eine Bank. Und dann haben wir noch Birke. Birke 5.000. Birke 5.000. Klingt wie... Ich weiß auch nicht. Klingt super. Birke 5.000. Dein Shop für... Weiß nicht. Neueste Birkenaccessoires. Forte Dagenes. Was rede ich denn hier? Wo bin ich denn? Und jetzt kommt das Nächste. Genau. Warte, 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 warte. Hier Industrial Evolution. Hier die Steve-Kart-Geschichte. Assembly. Erstmal genau. Guck mal hier. Ein Card-Assembler. Ich habe schon einen Card-Assembler hergestellt. Ich lese trotzdem nochmal vor. Assembly. Next up, we need the Card-Assembler. This machine is where we configure and build our cards. Also da kannst du deine Cards herstellen halt und zusammenbasteln. Das ist eine riesige GUI. Eine supergeile Mod. Super krass. You can combine many different... Da fehlt ein E und hier ein B. Combination of Items to create a custom card of your needs. You could for instance build a card that goes off into the darkness and places torches and tracks automatically. Genau. Also du kannst ja damit irgendwie Kisten dran flanschen und was weiß ich. Und dann eben diesen Bridge-Builder und Torch-Placer und was weiß ich irgendwie. Was diese Dinge alles automatisiert können. Aber wo ist er denn? Hier ist der Card-Assembler. Genau. Was habe ich hier noch? Genau. Zwei Cargo-Manager habe ich hier noch. Also bitte nicht übertreiben. Ich kenne mich nämlich mit den Dingen echt nicht aus. Aber du kannst damit auch geilen Scheiß machen. Wie zum Beispiel automatisch Bäume füllen. Achso, genau. Pick one. Railer. Ich glaube damit... Der setzt halt automatisch... Nein. Wo war ich? Da. Automatisch Schienen. Das will ich nicht. Ich will aber so eine Top-Chest. Gib mir das. Ich weiß nicht genau, wie aufwendig die jetzt war. Top-Chest. Aha. Huge Chest Pain. Chest Pain aus Holz. Machen wir Chest Pains. Pain in the Ass. Möglicherweise. Weg mit dem Zeug. Jedenfalls können wir da schon mal eine Top-Chain. Äh, Top-Chain. Top-Chest aus Top-Chain. Ach, was ist denn los? So, jedenfalls hier ist das nächste. Look out, trees. Genau, da wollte ich hin. You are going to build a card to handle your tree farm. Ach, sehr gut. Eine Baumfarm ist doch genau das, was wir brauchen. Also eine dritte und vielleicht auch eine vierte und eine fünfte. Craft the following items then assemble once submitted. This should take about 15 minutes to build. Genau, also dieser Card-Assembler, das braucht dann tatsächlich echt Zeit, bis der Dinge das fertig hat. Wo habe ich den denn jetzt? Da ist der Card-Assembler. Ähm, wo klebe ich denn den mal dran? Der braucht doch bestimmt Energie. Ich bin mir übrigens nicht so ganz sicher. Ich muss hier, glaube ich, mal so ein bisschen umgestalten irgendwie. Also das sage ich jetzt auch mal so irgendwie. Was? Minecraft freezed? Ähm, hier diese Wand zum Beispiel reiße ich, glaube ich, weg. Das alles kommt irgendwo anders hin. Und ich habe so ein bisschen den Plan, dahinter so eine Turbine, weil vom Reaktor, vom Big Reactor, ist das auch noch so eine Quest, dass man da noch den Reaktor, äh, diese Turbine dazu baut. Habe ich auch bei dir schon gesehen, klar. Das sieht einfach geil aus, das Dingen. Ich glaube zumindest, dass es das ist. Und wo ist der Hammer? Wo ist der Hammer? Das ist ja der Hammer. So. Mach ich das noch eins runter? Vielleicht schon, hm? Äh, das ist der Maxi-Digger. So. Das der brauche ich doch. Bam, bam. Okay, also ich meine, ich mache das jetzt nicht. Also nicht jetzt. Ach hey, ich habe mich ja schon voll verbaut. Du liebe Güte. So, weißt du dann? Ah, ich glaube nämlich, da darf ich nicht zu weit reingehen, sonst lande ich bei mir im Dingstar-Raum, im Bumstar-Raum. Du weißt schon. Aber ich glaube, hier mache ich dann für die Cards, weißt du, dann können wir so eine Bahn bauen. Wollen wir mal, vielleicht mache ich hier doch. Ich muss mal, ich muss geschwind mal gucken. Hallo? Lass mal kurz schauen, wo wir da so sind. Ah ja, okay. Da sind wir also da quasi. Vielleicht macht dann aber doch da auch mehr Sinn, weil da liegt schon ein Kabel, da muss ich ja nicht so blöd rumkabelieren. Wie sieht es denn aus? Käse. Ähm. Energy. Ja, da ist noch massiv vorhanden. Ein Milcheimer, ein der gesoffener. Ich habe es übrigens bei, weiß ich nicht, beim fünften Wither irgendwie mal Wither Boss. Oh. Naja. Das muss ich wohl noch fixen. Beim fünften Wither Boss mal bleiben lassen, da groß irgendwie noch mit der Milch da rumzuhampeln irgendwie, weil... Was soll's auch, ne? Dann nimmt die mir halt nicht vier Herzen weg, sondern acht. Was soll's? Tja. Wither Boss. Loser! Sag ich da bloß nochmal. So, ähm. Also guck dir, guck dir diese fantastische GUI an. Das ist ja unglaublich. Wir haben auch schon Cards hergestellt. Storage zum Beispiel. Achso, ich muss wahrscheinlich erstmal eine Card reintun, sonst passiert hier gar nichts. Ähm. Und, achso, warte mal, braucht das überhaupt Energie? Hm. Hat jetzt spontan gar keinen Balken. Naja, egal. Es schadet jedenfalls nicht, ne? Das explodiert jetzt nicht, wenn es gar keine Energie braucht und Energie bekommt. Das passt schon. Ähm. So, lass mal gucken. Und übrigens, achso, genau, diese, diese, ähm. Nether. Achso, nee, hier der Nether. Der, oh man, Käse. Dieser Ender Cube. Weißt schon, hier. Ne, da. Ich glaub, das mach ich der nächste Folge. Weil jetzt immer ja, wir waren jetzt ein bisschen draußen. Ich mein, ich muss zugeben, es war so ein bisschen lame, dieses Deep Dark Dungeon Dingens halt, ne? Weil, pff, mit, mit, mit der jetzigen Ausrüstung, halt nochmal kurz zurück. Ach, manchmal verklick ich mich einfach. Sorry. Hier, Deep Dark Dungeons, das war mit der jetzigen Ausrüstung, ist einfach nur durch, äh, durchgehetzt und so. Hä, wo ist das Ding denn? Tot, 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 alles Totschlagen. Naja. Nicht so geil. Also war jetzt auch zum Spielen nicht so spannend, weil es halt, ne? Keine Herausforderungen, keine Gefahr. Ähm, und so. Aber Enderlands, genau. Ich glaub ich, aber ja, weiß nicht. Nächste, übernächste Folge. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Weil jetzt war ich ja zumindest mal wieder ein bisschen draußen. Halt, was muss ich denn jetzt herstellen hier? Stephans Wägelchen. Wo, ne, Industrial, doch Industrial Evolution, genau. So, wo, wo bist du hier? Coal Engine, Basic Woodcutter und Side Chests. Fahren wir mal mit den Chests. Eigentlich ruhig Holz. Gehör mal Holz. Ich schluss mal Holz da rein. Also. Ähm, Side Chest. Was brauch ich dafür? Ein Chest Lock und so diese, diese Plates irgendwie. So, ich glaub ich brauch davon relativ viele. Also diese hier brauch ich vor allem relativ viele. 32. Äh, ich mach mal so ein paar. So. So. Und dann brauchen wir hier von vier. Eins, zwei, drei, vier. Und die kleinen hier auch nochmal, was, zwei. Ich mach auch mal vier, weil, wer weiß. Für was es gut ist. Und dann so ein Chest Lock. Chip, 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 chip. Yay. Okay. Einmal so ne Ding haben wir. Sehr gut. So. Und jetzt war das, was war das? Ein Basic Woodcutter oder was? Cutter? Cut. Woodcutting Core. Basic Woodcutter. Das da hier. Ah, ja. So. Oh, boy. Ah, ja. Was war, wie viele, was? Wie viele? Fünf Stück. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und ein Woodcutting Core. Und du bist hier ein Advanced PCB. Ach, von denen hab ich hier schon ein paar gemacht. Genau. Das hab ich nämlich in vielen Rezepten irgendwie. Ich hab mich so ein bisschen durchs Wiki geklickert irgendwie. Und in vielen Rezepten kommt ein simpel PCB drin vor. Oh, PCB kann ich nur als Polychloridebifenyle. Wahrscheinlich heißt es das nicht. Was heißt es dann? Ich weiß es nicht. Es ist ein einfacher PCB. Personal. Ich hab noch nicht mal. Noch nicht mal ne Idee. So. Okay. Ich hab einen. Also. Du Dingender. Gib mir das. Und dann jetzt. Come on. Cool. Basic Woodcutter. Das ging ja flugs von der Hand. Wahnsinn. Unglaublich. Diese Fortschritt heute. Ein Fertilizer. Oh Gott. Ich glaub ich brauch Leder dafür. Fert. Gefert damit. Guck mal hier schon wieder. Simple PCB. Ja. Fuck it. Ich brauch Leder. Leder. Gibt's denn eigentlich ein leckeres Lederrezept? Oder muss ich das jetzt? Oh no. Ich muss. Okay. Also. Lass mal kurz hier hoch nuckeln. Meine Güte hier schon wieder. Ort. Wieso. Fliegt hier. Wieso. Weißt du. Wieso fliegt hier so Zeug rum? Und wird da nicht angelutscht? Warum? Hier ist. Oh. Ich bin jetzt auch so satt. Immer hier rein zu gucken. Und irgendwas funktioniert nicht. Gell? Warum? Warum zur Hölle ist das bloß so? Wieso wirst du. Ach. Ist mir doch auch wirklich Wurst jetzt. Okay. Hier ist der halt voll. Das passt schon. Ich nehme mal ein bisschen mit. Weil dann können wir unten noch ein bisschen. Ja. Ich weiß. Es ist voll lame. Aber ich hänge so an denen. Weißt du. Ich hänge an denen. Tut mir leid. Tut mir leid. Eins. Zwei. Drei. Vier. Naja. Ich hänge unten noch ein paar auf. Typ. Dann mache ich mir schon mal den Schlumpf wieder ab. Habe ich denn. Ich habe natürlich keinen Platz. Na klar. Was habe ich denn dabei? Stoen. Ein bisschen Stoen kann ich mir da rein pumpen. Wieso habe ich hier ein Cobblestone dabei? Wo ist mein Schüssel? Warte mal. Das juckt mich nämlich schon lange. Hast du wahrscheinlich auch schon bemerkt. Da oben fehlt hier dieser eine. Ich weiß nicht. Ich kann mir nicht erklären, wie das passiert ist. Aber. Das. Also das. Geht ja überhaupt nicht klar. So. Dich wieder da ran. Dich da her. Was? 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 Hallo? Hä? War. War. Warum? Was war denn das? Hä? Hä? Jetzt. Ja, lebt mich doch fett. Was ist denn los? Was? 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 Hä? Verstehst du das? Ich verstehe nicht. Okay. Hä? Ach, leck mich doch. Habe ich den jetzt übersehen oder was? Ach. Unglaublich. Okay. Weg mit dem Müll. Weg mit dem Müll. Weg mit dem Müll. Ach, egal. Egal. Sorry. Tut mir leid. Okay. Ach, meine Coin of, wie heißt denn die? Coin of Fortune oder so, ja? Weg mit dem Kram. Gib mir das da hier. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ja. So. Okay. Hier diese Schraubenzieherdinger, die könnte ich eigentlich in den Müll tun, gell? Wie gibt's da? Die gibt's im Überfluss. Ein Rucksack. Ist da eigentlich was drin? Oh ja. Wow. Eisenschuhe und ein kaputter Bogen. Das ist ja super. Schmaß ich auch da rein. Okay. So. Und Rottenflash, während das da rumtrocknet. Ich häng dran. Sorry. Ich weiß, es ist voll echt nicht nötig eigentlich. Aber ich häng so ein bisschen dran, weißt du? Ich find's irgendwie, ach, ich mag's. Sorry. Zombie-Fleisch-Generator. Ich häng dran. Äh, der sagte, so. Euch kann ich eigentlich mal aus meinem Inventar wegparken und, pfff, weil, weiß ich auch nicht. So. Klebe ich einfach da dran. Guck mal, hier habe ich übrigens mal so einen Spot gemacht. Ein Wireless-Powered Light von Ender.io, weil ich so ein bisschen rumexperimentiere. Wow, das ist immer noch so sauerhässlich. Oh mein Gott. Naja, ähm, ja. Ich, ach man, ich würde so gerne schöner. machen, aber, hm, mir fehlt irgendwie die Zeit und so. Ne, nicht flannen, weitermachen. Ähm, was wollte ich als nächstes? Was brauchen wir denn noch? Kurzer Blick auf die Uhr. Ja, Zeit ist eigentlich ab, aber. Ach so, Side-Chest. Ach nee. Ach so, Coal-Engine. Komm schon. Coal-Engine. Geh über den Engine. Geh über den Engine. Coal. Was gibt es denn hier eigentlich noch? Solar-Engine. Basic. Advanced. Thermal-Engine. Okay, also du siehst ja da Modular Cost 58. Das, ne, also irgendwie so ein einfaches Ding hat irgendwie. Ach, ich, ich weiß doch auch nicht mehr. Ich hab's vergessen irgendwie. Fünf oder acht oder keine Ahnung, so ein Card irgendwie. Und du kannst dann je nachdem was für ein... Ach, guck mal, da steht's sogar. Modular Capacity 200. Hat ein Standard-Hall. Und eine 150. Und ein Reinforced hat 500. Und dann kostet das Ding schon 58. Aha. Wieder etwas schlauer, aber ich würde doch eigentlich eine Coal-Engine. Habe ich das zufällig? Nein. Äh, was fehlt mir da jetzt? Ne, eine Furnace, ehrlich. Okay. Na, dann ist das ja schnell gemacht. So, sehr gut. Und Top-Chest haben wir noch. Einfach so on top haben wir noch die Top-Chest. Haha. Nice. Battle-Wrench. Ähm, ja. Schmeiß ich mir da rein. Was hatte ich da jetzt noch? Weiß ich gar nicht mehr. So, da, aber die brauche ich gleich auch nicht mehr. So, so, so. Dann sind wir eigentlich quasi durch. Abgesehen davon, dass hier noch das Fleisch durchtrocknen muss. Für ein bisschen Lederland. Okay. Boah, draußen mega Feuerwehr-Alarm oder so. Oder Krankenwagen, weiß man nicht. Was hier eigentlich gerade so los ist. All der Schwede. Bald ist ja der 3. Oktober. Und Mainz richtet, ich meine, Mainz irgendwie. Mainz, wie es singt und lacht. Ja, genau das. Mainz richtet irgendwie den Tag der Deutschen Einheit 2017 aus. Und die ganze Stadt steht irgendwie voll im Kopf. Irgendwie völlig absurd irgendwie, was da draußen passiert irgendwie. Überall Straßen. Die ganze Innenstadt ist abgesperrt und so. Und überall irgendwelche Pavillons irgendwie. Vor allem bin ich irgendwie am Pavillon des Landes Niedersachsen vorbeigefahren. Ich meine, der war natürlich noch leer. Ich weiß gar nicht, was die da so reintun. Irgendwie für was ist Niedersachsen bekannt? Für riesige Schweineställe oder so. Ich, keine Ahnung. Oder, oh Gott. Für den Fall, dass du in Niedersachsen wohnst, nimmst du dich persönlich, gell? Dass du in Niedersachsen wohnst. So. Ähm, ich spreche manchmal wieder zu schnell für meinen Kopf. Wie sieht es eigentlich hier so aus? Heißt Toppy hier? Gold! Und, ah ja, obsidial. Ich habe ein bisschen mit. Okay. Nice. Gut, also, das dauert jetzt ein bisschen. Und, ähm, ja, ich wollte ja ein bisschen kürzere Folgen machen. Oder sollte ich? Ich wollte, sollte ein bisschen kürzere Folgen machen. Aber vielleicht könnte ich jetzt doch noch kurz warten, oder? Wie lange dauert das? Ich weiß nicht genau. Das dauert halt schon ein bisschen. Erst wird es zu jerky und dann wird es erst zu... Ach, das dauert halt, ne? Das dauert halt. Aber kann man die nicht irgendwie... Warte mal, wo ist eigentlich meine... Ich habe doch auch so Dinge schon. So Standard-Hals und so. Ähm, gib mir halt eine. Ernsthaft? Hä? Warte mal, ich habe doch da mehrere gemacht, oder nicht? Wie mache ich dich denn? Stand Iron Wheels? Eins, zwei, drei... Was? Kein Stöckchen mehr? Was? Ich mache mal so ein zweites Ding in Halt, wa? Lass mal gucken. Einfach nur mal so, ne? Einfach nur mal so reingucken, ne? Wenn ich jetzt dich da so reinschmeiße. Ah! Geilo! Guck mal da. Da steht hier die Capacity und irgendwelche andere Kram. Und es dauert jetzt fünf Sekunden, damit das Ding fertig ist. Aus einer Standard-Hal, ein Billow-Card ohne was. Oder? So ist das. Also Top-Chest, Storage. Außerdem Side-Chests. Bam! Und hier ein Basic-Basic-Wordcutter. Was ist das wohl? Tool? Ja, es ist wohl ein Tool. Und ein Cold Engine. Da! Geilo! Ähm, worauf warte ich jetzt? Was war es nochmal? Naja, also das dauert jetzt schon elf Minuten, 42. Oder das bleibt ja hier drin. Ja, genau. Cool. Okay, außerdem, warte mal. War da nicht irgendwas mit Fertilizer? Achso, ich muss... Ach, ich bin so blöd, oder? Manchmal... Manchmal ist es schon großartig. Ach, guck mal. Hier gibt es sogar so eine Reinforced-Hal. Okay, dann muss ich das quasi gar nicht... Hätte ich gar nicht gemusst. Und dann nächste Folge oder bald irgendwann kommen hier Galga irgendwas. Der Galga Dorian. Klingt wie irgendein Monster aus Star Wars. Der Galga Dorian. Oder? Was ist da los? Galga Dorian. Manche Leute. So, okay. Cargo-Manager und so. Und dann müssen wir... Achso, genau. Rails. Eigentlich brauche ich natürlich noch... Ich dachte eigentlich zuerst, es wären Tracks. Weil ich das von... Was ist denn? Wie heißt es denn jetzt? Die geile Mod mit den Zügen. Hast du die Railcraft? Heißt die so? Wahrscheinlich heißt die Railcraft. Das wäre natürlich irgendwie lustig, wenn es in Railcraft nicht Rails, sondern Tracks heißt. Aber ja, genau. Es sind nicht Tracks, sondern es sind Rails. Genau. Ganz below Minecraft. Und dann gibt es hier noch so Ende-IO-Geschichten. Und da gibt es sogar Steve Karts. Ah ja, Railer. Achso, nö. Junction. Rail und ein Advanced Detector Rail. Okay, ich habe keine Ahnung, was es macht. Ein Trail-Mix. Das sieht schön aus. Das hätte ich gerne an meiner Wand so. Sieht hübsch aus. Doch. Beim Service-Craft. Sieht doch aus wie erst zu messen auch, ja. Trail-Mix. Ist das so Studentenfutter oder so? Könnte das sein? Trail-Mix? Sieht mir so ein bisschen so aus, wie so Bohnen und... Ein paar Nüsschen und weiß nicht, eine Rosine und so. Oder? Ein Trail-Mix. Cool. Wie mache ich das? Jede Menge Samen und... Chocolate. War... War... Ist da Schokolade drin? Oh, kleine Schokostückchen. Mmh. Geil. Pistazie. Ach ja, guck mal da laut. Das ist Studentenfutter. Geil. Super. Und was habe ich gerade gelesen? Rail? Ich habe ja schon welche. Das ist ja gut zu wissen. Da hätte ich jetzt direkt nochmal einen Stack gemacht. Gut. Okay. So. Jetzt. Schicht für heute. Ich lasse es noch durchtrocknen. Und dann sehen wir uns nächste Folge hoffentlich wieder mit einem Fertilitzer. Und dann mal gucken. Ich hebe hier noch so ein Räumchen aus irgendwie. und dann gucken wir mal. So. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Und... Tja. Bis dann. Schöne Woche. Mach's gut. Ciao.